Wir spielen heute Turbosliders Unlimited und versuchen mit dem Lenkrad zu spielen. Was hier ist der ganze Spaß? Äh, Controllers. Connected Xbox Controllers. Xbox 360 Controller. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber ich denke, ich werde das mit dem Lenken hier noch mehr einstellen müssen. Wie es mal funktioniert. Das muss eigentlich richtig sein. Aber... Äh... Guck mal, irgendwie ist... Ich habe jede Sicht, die ist nach rechts raus. Ich glaube, das ist ein Fehler. Irgendwas dreht hier insgeheim. Ich habe doch die Kamera... Ist doch... Was hat die Kamera mit dem Lenkrad zu tun? Mit der einen Bremse kann ich ja... Mit Bremsen kann ich quasi die Kamera drehen. Das nervt mich gerade ein bisschen. So ganz, ganz dezent. Aber ich habe ja noch zwei Stunden Zeit bis zum großen Rennen. Vielleicht kann ich ja dann... ...wieder mit Maus und Taster durchspielen. Der hat doch... Passt mal auf. Der hat den Controller schon erkannt, bevor ich das hier gemacht habe. Das heißt, der hat vorher schon was erkannt. Nur jetzt wollen wir das ja um... Also der müsste quasi... Das Spiel... Müsste das hier erkennen. Und nicht mehr das direkt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ganz kurz gute Hoffnung. Doch, guckt! Es lenken funktioniert. Es lenken funktioniert. Bloß halt nicht so ruckartig. Weil das hat man von uns schon gelernt. Das müssten wir eigentlich hier einstellen. Ja, das ist recht geil. So. Jetzt müssen wir nur noch das Problem lösen, dass das Gaspedal nicht geht. Also, ich drücke hier, aber... Ich weiß erstens nicht, warum das so kürzend Geräusch macht. Das ist halt scheiße. Ich kann nicht Gas geben, wenn ich hier so rumlenke. Das ist doch genau das mit der Bremse. Das ist das gleiche Problem, was wir die ganze Zeit hatten. Aber ich habe das Gefühl, ich habe hier nicht volle Power, weil irgendwas bremst. Das ist so eine Höchstgeschwindigkeit. Jetzt wieder volle Power da. Abbruch. So, ich würde das als fehlgeschlagenen Versuch heute gelten lassen. Gut, dann spielen wir heute ganz normal. Ich habe es versucht. Schade. Das erinnert mich. Ich suche jetzt gleich mal das Spiel raus, was ich letzte Woche gemeint habe. Ich habe das immer noch nicht ausgesucht. Oder ich muss mein Windows 98 Rechner mal hochfahren. Da ist das nämlich drauf. Ich glaube, das war irgend so ein Sponsored Game von VW damals. Lab 3 von 500 ist ja wirklich nur Warm-Up. Da kann ich googeln in der Zwischenzeit. Drop. Down. Auto. Autospiel VW. VW Lupo Cup. Genau. Ja, genau das war's. Genau das war's gewesen. Genau das ist es. Das habe ich letzte Woche gemeint. Ja, das habe ich gespielt auf einem Windows 98 Rechner. Auf dem Schinken ist der VW Lupo Cup noch drauf. Da ist der VW Lupo Cup drauf. Der läuft noch. Der läuft noch. Das ist Windows 98 Rechner. Und der läuft noch. Zu 100% läuft er noch. Alles da hier in der Bude. Kann ich euch das jetzt beweisen? Jetzt habt ihr mich so weit gebracht, wirklich. Also, ich schalte das Gerät jetzt ein. Entweder es brennt ab oder es funktioniert. Ich schalte das. Das ist so krank. was mache ich jetzt hier gerade habe ich gesagt er funktioniert und da können wir jetzt das ding spiel drauf spielen aber alles geht holen also ich bin ab es ist genau so geil wie in erinnerung macht genau so fort gerade geworden ist das ein scheiße jetzt halten wir uns aus aber geil windows 98 geht noch wahrscheinlich meine verarbeitung habe ich wenigstens wird und alles könnt ihr computer jetzt ausschalten ist das geil warum ist das heutzutage nicht mehr von each quality plus 35 newton race 135 was ach ich spiel habe zeit weil die ist gerüstet quali los geht's der stadt ist so scheiße märte ich brauchte die anderen mitspieler damit ich den die reinfahren können die kann ich mir zusätzlich die pferde stärken kaufen gibt es hier bei to win geht es einfach hier rein rein cashen und dann bin ich schneller wird's machen der stadt ist so sinnlos ich habe keine ahnung wann es los geht ich habe raus gekickt Ich habe mich selber rausgekickt. So ein Mist. Willst du noch etwas mehr bringen, Gas gehen oder Bremsen? Eigentlich ist ja die Devise, wer später bremsst, fährt länger schnell, ne? Wer bremsst, fährt länger schnell. Und ich denke, hier ist nichts mehr aufzuholen, außer irgendeiner macht bei mir auch so einen groben Schlitzer, wie die zwei da. Wenn wir starte richtig hinkriegen, ist es gut. Oh, verkackt. Aber schön, dass diese vier da vorne perfekt den Start hingelegt haben und hinter mir alle zu spät losgefahren sind. Alter, guck, 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 guck. Schaut euch an, wer vorne ist. Nein, nicht so gut die Grube gekriegt. Aber ich bin so froh, dass ich nicht dieser Karawane da hinten drinne bin. Alter, wenn ich das mal schaffe, jetzt auf dem vierten Platz vorne durchzuziehen. Das wäre so ein Erlebnis. Alter, hinten war ein Massencrash. Oh ja! Ich hab den Urner rausgekickt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, meine Nase juckt. Das ist scheiße. Oh, vielleicht war es gar nicht mehr so schlecht. Ey, selbst Platz vier, ne? Wurde mich schon komplett überzeugen. Ich muss es noch 150 durchhalten jetzt. Oh, und gut rausbeschleunigt, gut rausbeschleunigt. Enge Kurve genommen. Der, der wollte mich, der wollte mich. Geht weg. Geht weg. Geht weg. So ein sauberes Rennen. Oh! Ey, ich will Platz vier. Willst du sowas von Platz vier haben? Die fahren aber so gut gerade. Das kann nicht wahr sein. Die fahren so gut. Ich habe hier noch meinen McVincent gesehen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie der sich herangesaugt hat. Aber ich muss vor ihm bleiben. Die Karre ist doch getunt, die er hat. Der fährt schneller als ich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Geh weg! Oh! Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Oh! Sorry! Was ist jetzt? Ich muss noch eine Runde fahren. Ich bin gerade noch so drüber gekommen. Ich habe noch Möglichkeiten. Ich habe noch Möglichkeiten. Hinter mir kommt keiner mehr. Aber vor mir, die kriege ich nicht. Außer der Mutter einer mal einen richtig dummen Fehler zum Schluss. Und wir sind alles so weit auseinander. Da macht keiner mehr einen Fehler. Ne. Schade. Schade. Aber 6er Platz, ey. Das hätte ich auch nie gehabt. Exit. So! Das war es jetzt mit dem Stream für heute. Wir haben alles geschafft, was wir machen wollten. Und damit würde ich sagen, hier tun wir nicht weiter in Länge ziehen. Ich danke euch fürs Zuschauen heute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Also, tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.